Ich möchte euch heute etwas über Ki-Karate erzählen, über ein Prinzip, das wir im Ki-Training nutzen, um unsere Techniken schnell und dynamisch zu erzeugen. Und da anhand eines Musikinstrumentes, eines vielleicht für manche bekannten Instrumentes, kann ich euch das sehr gut verdeutlichen. Schaut mal her. Diejenigen von euch, die Ki-Karate schon mal gemacht haben, die Ki-Übungen schon mal gemacht haben, werden darin sicherlich schon was erkennen. Ich möchte es euch erklären. Die Kugeln, hier die Bände, symbolisieren unsere Arme. Und diese bewegen sich nur, weil ich von unten her, hier mit meiner Hand, einen Impuls gebe. Das wiederum symbolisiert meine Füße, meine Beine, die mit dem Erdboden verbunden sind. Und wenn ich einen Impuls gebe, meine Arme locker sind, dementsprechend kann ich eine Bewegung erzeugen. Dieses Prinzip ist ein Grundlegendes im Ki-Karate und sicherlich auch in anderen Trainingsmethoden. Nur wird darauf nie bewusst hingewiesen. Im Ki-Karate machen wir das. Wir weisen darauf hin, wir trainieren darauf hin, dass die Arme locker sind, dass wir einen entspannten und gelösten Körper trainieren wollen und dadurch unsere Techniken dynamisch und flexibel gestalten können. Es gibt mittlerweile zwei Bücher dazu. Ein drittes ist gerade im Entstehen. Das erste Buch, das dazu erschienen ist, ist Ki-Karate zur Philosophie von Ki-Karate und Kampfkunst. Ein sehr schönes Buch von Petra Schmidt geschrieben. Das zweite Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist ein sehr praktisches Buch im wahrsten Sinne des Wortes. Es enthält die Ki-Übungen, bebildert mit Beschreibung dazu. Es finde ich sehr schön gestaltet. Petra Schmidt und ich haben es geschrieben, herausgebracht und beide Bücher sind beim Christkeits Verlag erhältlich. Ich werde unten noch einen Link dazu schreiben. Da könnt ihr euch darüber informieren. Ich, Tanja Meier, das Ki-Karate Dojo Shugyo, wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt es in Ruhe, in Entspanntheit. Lasst die Energie fließen für das kommende Jahr. Und dafür wünsche ich euch alles, alles Gute von ganzem Herzen. Und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.